Das internationale Komitee vom Roten Kreuz achtet generell sehr auf vorsichtige Wortwahl. Jetzt heißt es aus Genf, das menschliche Leiden in Gaza ist schockierend, Tausende getötet, Krankenhäuser kurz vor dem Kollaps. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, sagt, Zitat, Gaza ist ein Friedhof für Kinder geworden. Berichten zufolge sind mehr als 3.450 Kinder getötet worden. Erschütternderweise steigt diese Zahl täglich. Gaza ist zu einem Friedhof für Kinder geworden.